Josh und Heather Avis sind heute bei Hour of Power, unsere Interviewgäste. Sie haben eine wichtige Botschaft für alle, die sich Kinder wünschen. Sie ermutigen andere zur Adoption. Besonders für Christen ist ein Kind zu adoptieren eines der größten Dinge, die wir tun können. Josh und Heather haben drei Kinder adoptiert, von denen zwei Kinder eine Behinderung haben. Sie werden uns mehr davon erzählen. Josh und Heather, hallo, wie geht es Ihnen? Gut, danke für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Sie sehen noch so frisch verliebt aus. Wir mögen uns sehr. Ihr haltet Händchen. Ja, verheiratet sein ist toll. Ja, absolut. Wie haben Sie sich getroffen und kennengelernt? Wir sind zwei Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen und haben uns in der Highschool kennengelernt. Wir sind schon lange zusammen. Er ist ein bisschen älter als ich und so war er mit meiner älteren Schwester und den älteren Jungs befreundet. Wir sind seit meinem Abschlussjahr in der Highschool zusammen. Ihr wart schon in der Schule zusammen. Ja, aber ich war nicht besonders nett zu ihr. Er war nicht so süß. Ich kenne sie mehr als mein halbes Leben. Das ist lustig. Wie lange sind Sie schon verheiratet? Diesen Sommer wären es zwölf Jahre. Ja. Glückwunsch. Und Sie leben in Pasadena. Ja. Erzählen Sie uns von Ihren Kindern. Sie haben drei Kinder und zwei von ihnen sind behindert. Wie sind Sie dazu gekommen, gerade diese Kinder zu adoptieren? Ja, ich fange an. Wir haben drei Kinder. Die Kinder sind sechs, drei und ein Jahr alt. Ich muss dazu sagen, dass wir nie die Absicht hatten, Kinder zu adoptieren. Wir wollten nie behinderte Kinder adoptieren. Das war nie unser Wunsch. Es war schwierig, schwanger zu werden und wir haben die Achterbahnfahrt der Unfruchtbarkeit durchgemacht und landeten vor der Wahl künstliche Befruchtung oder Adoption. Für mich kam meine künstliche Befruchtung nicht als Option in Frage und wir haben uns für Adoption entschieden. Dabei habe ich nach der sichersten Lösung gesucht. Wir wandten uns an eine private Agentur und zahlten viel Geld, um ein gesundes Kind zu bekommen. Und wir wollten die Wahl haben. Es gab Wahloptionen. Junge oder Mädchen, Hautfarbe und alles schien so sicher. Wir dachten, wir können wählen. Aber Gott hatte einen völlig anderen Plan. Wenn man ein Kind adoptieren will, bekommt man eine Checkliste, auf der man alles Erdenkliche ankreuzen kann, was man will und nicht will, vom Kind und der Geburtsfamilie. Sie hatten offensichtlich schon einen schweren Weg hinter sich. Es heißt, die Depression durch Unfruchtbarkeit sei die größte und tiefste Depression, in die man fallen kann. Das muss für sie beide furchtbar schmerzhaft gewesen sein. Sie hatten davon geträumt, eigene Kinder zu haben und diesen Wunsch schließlich losgelassen. Sie haben sich dann auf diese neue, andere Form der Elternschaft eingelassen. Und ich denke, dass einer der großen Vorteile bei einer Adoption ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dass man die Wahl hat, welches Kind man will. Es ist fast wie wenn man sagt, nehme ich einen Toyota oder einen Honda. Man sucht sich aus, was man will. Und in diesem Entscheidungsprozess habt ihr euch zwei Kinder mit schweren Behinderungen ausgesucht. Wie kam es dazu? Ah, das ist eine tolle Frage. Ich würde sagen, wir haben es uns nicht ausgesucht. Gott hat für uns die Wahl getroffen. Und ich bin dankbar dafür. Wir hatten auf unserer Checkliste Nein bei Down-Syndrom angekreuzt. Unsere älteste Tochter war sehr krank. Sie war an pulmonaler Hypertonie erkrankt und musste zweieinhalb Jahre dauernd mit Sauerstoff versorgt werden. Sie wurde im offenen Herzen operiert und hatte zuvor auch schon mehrere Herz-OPs überstehen müssen. Wir sagten Nein, Nein dazu. Aber Gott sagte, das ist nett. Genau das ist es, was ich euch schenke. Und wirklich, es ist ein Geschenk. Das ist das größte Geschenk, das ich euch je machen könnte. Wir sind mit geballten Fäusten daran gegangen. Als wir von Masons Diagnose hörten, waren wir erschüttert. Wir hatten unsere Momente und Zeiten mit Gott. Ich hatte das ganze Thema Unfruchtbarkeit bewältigt und mich mit Adoption angefreundet. Und auf einmal wollte Gott, dass ich ein Kind mit Down-Syndrom adoptiere. Gott, das ist so unfair. Wir waren keine Heiligen. Ja, natürlich haben wir getrauert. Sie ist dafür geschaffen, Mutter zu sein. Und wir haben schwere Zeiten erlebt. Wir waren dreieinhalb Jahre verheiratet und haben dann versucht, Kinder zu kriegen. Und es dauerte noch fünf Jahre, bis wir Kinder hatten, oder? Ja. Heather zu erleben, die dafür geschaffen ist, Kinder zu haben, Mutter zu sein und dann keine Kinder zu bekommen, das war wirklich hart. Dann mussten wir mit diesem kleinen Mädchen klarkommen, dass unser Kind sein sollte, das sehr krank war. Ihre Krankenakte war so dick und als wir sie kennenlernten, war sie gerade mal vier Monate alt. Ich erinnere mich noch, wie wir auf dem Costco-Parkplatz standen, wo alle geistlichen Erlebnisse passieren. Und wir saßen nur da und weinten. Das war direkt, nachdem wir sie im Krankenhaus besucht hatten. Wir dachten, wir setzen uns mit den Ärzten zusammen. Sie geben uns ein paar Ratschläge und sie sagen, sie ist so und so und hat das und das und dann sagen wir okay. Wir konnten immer noch entscheiden, ob wir Ja oder Nein zu diesem Baby sagen, das ein Zuhause und Eltern braucht. Wir gingen raus und es war nur still. Da war nichts. Wir hatten nichts. Wir saßen nur da und es war echt hart. Ich finde, du solltest erzählen, was Gott dir gesagt hat. Jan, nachdem wir Mason gesehen hatten, hatte ich das Gefühl, dass der Herr zu mir sagt, ich habe ein Geschenk für dich eingepackt und es dir gegeben. Es ist wunderschön verpackt. Und du packst es aus, machst das Papier und all die Schleifen ab, siehst es an und sagst, darum habe ich nicht gebeten, nimm es zurück. Ich hatte den Gedanken, dass ich etwas zurückgebe, das Gott mir geschenkt hat. Ich, wer bin ich, dass ich sage, Gott, das wollte ich nicht, nimm es zurück. Das ist ein starkes Bild. Ein großer Teil ihrer Geschichte hat mit Leid zu tun. Dieses große Leid der Unfruchtbarkeit. Dann die Adoption dieses Kindes und wie Sie gesagt haben, mussten sie sich mit dieser schweren Krankheit abfinden. Aber irgendwie hat Gott das für sie dadurch gelöst, dass ihr erkannt habt, was für ein Geschenk es ist. Absolut. Erzählen Sie mehr von diesem Geschenk. Ich habe jeden Moment, an jedem Tag, auch in schweren Zeiten, das Gefühl, dass unsere Tochter ein Geschenk ist. Es war eine Achterbahnfahrt und wir haben ihr zögerlich Ja zu ihr gesagt, aber dann war es, als hätte Gott die Schleusen geöffnet und uns mit seiner Gunst überschüttet. Alles fing an, richtig zu laufen. Jetzt ist sie Teil unseres Lebens und unser Kind, das gilt für alle Eltern. Wenn es dein Kind ist, ist es dein Kind, stimmt's? Da war dieses kleine Baby, so bezaubert und so wunderbar und sie ist unser Kind. Wir kennen nichts anderes. Unser erstes Kind und in dem Sinn war es ein Geschenk. Und wenn man ein Kind mit einer Behinderung begleitet und Operationen am offenen Herzen miterlebt, Krankheit und Arztbesuche und Therapien, dann lernt man Gott auf eine Weise kennen, wie man es sonst nicht könnte. Das ist ein Geschenk. Es liegt so eine Gabe und eine Schönheit im Leiden, wenn man Gott darin kennenlernt, wie sonst nirgends. Und es ist ja nicht so, als wollten sie leiden. Sie haben nicht darum gebeten, aber sie können sehen, dass wir einem Gott dienen, der all diese Geschichten zu seiner Ehre verwandelt. Was für eine schöne Sache für Macy, dass sie sich geliebt wissen darf und Menschen in ihrem Leben hat, die sie nicht verlassen haben, als alle anderen es taten. Wie in den Seligpreisungen haben sie gesagt, selig ist Macy, richtig? Sie haben gesagt, sie ist gesegnet und geliebt und wir wollen sie. Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Sie haben nicht nur ein Kind, sondern drei. Und ein weiteres ist auch behindert. Wie kam das? Wir haben von Geschenken gesprochen und unsere Erlebnisse mit Macy und Truly waren auch umwerfend. Ich weiß noch, wie die Ärzte uns sagten, dass Macy, je nachdem wie die OP verläuft, nur drei Jahre alt werden wird. Sie ist jetzt sechs. Und Gott hat uns gezeigt, dass es drei Tage oder 33 Jahre werden können und egal, was kommt, es bleibt ein Geschenk. Und so war es und so ist es. Und jetzt haben wir zwei weitere Kinder. Und wegen unserer Erfahrung konnten wir sagen, es hängt nicht an uns. Also blieben wir mit offenen Händen vor Gott und sagten, wir glauben, wir haben die Kapazitäten, dass du uns noch ein behindertes Kind schenkst. Und genau das hat Gott auch getan. Und Augie, August, ist gerade ein Jahr alt und mein Junge. Er hat auch das Down-Syndrom. Ja, das stimmt. Wir haben ihn seit seinem ersten Tag und es war unglaublich. Er hatte mit vier Monaten eine OP am offenen Herzen und hat sich heldenhaft geschlagen. Er hat alles Gute bestanden. Gott hat Erstaunliches bewirkt, um sein Herz zu heilen und er blüht richtig auf. Und ja, wir haben drei Kinder. Sie haben wirklich Ihre Tränen in Edelsteine verwandelt. Sie haben diese Lernkurve durchlebt und ich kann mir vorstellen, dass es viel zu lernen gibt, wenn es um so etwas Spezielles wie das Down-Syndrom geht. Sie können sagen, wir wissen Bescheid. Also warum nicht das Gelernte bei zwei Kindern anwenden? Und genauso fühle ich es mit unserem dritten Kind. Unser mittleres Kind ist nicht behindert und sehr süß und wunderbar. Wir wussten, dass wir als Familie noch wachsen wollen. Und da wir wussten, was wir machen und wissen, dass es Not für diese Kinder gibt, außerdem ist es eine Ehre. Viele Leute sagen zu uns, oh meine Güte, ihr seid so unglaublich. Das ist so toll, dass ihr das macht. Und ich denke, du wirst mich veräppeln, wir sind doch bestenfalls Durchschnitt. Wir sorgen für unsere Kinder, die Gott uns geschenkt hat. Wir fühlen uns gesegnet. Es ist die Art, wie wir Eltern geworden sind. Das ist einzigartig. Ja, ich würde aber sagen, auch wenn Sie selbst denken, sie wären bestenfalls Durchschnitt, zeigen Sie, dass Gott Sie, normale Leute, für groß genug, schlau genug, charakterstark genug hält und Ihnen die Weisheit zutraut, damit umzugehen. Ich finde sie großartig und applaudiere Ihnen, um auch andere zu ermutigen, Kinder zu adoptieren. Dafür schlägt Ihr Herz nicht wahr. Ihr Wunsch ist es, dass die Menschen, die diesen Gottesdienst sehen, sich inspirieren lassen, selbst zu adoptieren. Es herrscht großer Bedarf, nicht wahr? Absolut. Der Bedarf ist groß, weltweit, brauchen Kinder mit Down-Syndrom, Adoptiveltern. Es gibt so viele Kinder, die darauf warten, ein Zuhause zu finden. Menschen mit Down-Syndrom sind unglaublich. Es ist eine Ehre, ihre Eltern zu sein. Das ist wunderbar. Das sind Josh und Heather Avis und sie leisten Erstaunliches in Sachen Adoption. Sie können Ihnen auf Twitter unter AddMacyMakesMyDay folgen, Bilder von Ihren Kindern sehen, ihnen Nachrichten senden und sie in ihrer Mission unterstützen, mehr Adoptiveltern für Kinder in Not zu finden. Dafür schlägt Ihr Herz. Das stimmt. So ist es. Und es kommt auch bald ein Buch von Ihnen raus. Wir halten danach Ausschau. Wir sind dankbar für Ihren Besuch bei uns. Und wir beten weiter für Ihren Dienst und freuen uns, Sie aufblühen zu sehen, während Sie andere ermutigen, Eltern zu werden. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung.